Boot Düsseldorf, die größte Wassersportmesse der Welt. Machen Sie mit und feiern Sie gemeinsam mit hunderttausenden Besuchern aus über 100 Ländern. Lassen Sie sich begeistern von den beeindruckendsten Yachten und Motorbooten. Treffen Sie alte und neue Freunde beim Skimboarden, Stand-Up-Paddling, Wakeboarden oder Wellenreiten. Alleine The Wave zieht an neun Tagen tausende begeisterte Besucher in ihren Bann. Und Anfänger wie Profis können hier eine echte stehende Welle reiten. Entdecken Sie im Dive Center die faszinierende Welt des Tauchsports und treffen Sie auf der Bühne oder im Tauchturm internationale Stars der Tauchszene. Ausprobieren und mitmachen. Das steht bei der Boot Düsseldorf ganz oben im Programm. Ob beim Schnuppertauchen oder bei einer Fahrt im Kanu in der World of Paddling. Einsteiger erhalten in den neuen Areas Startboating und Startsailing wertvolle Tipps von echten Profis und können hier ganz entspannt ihre ersten Erfahrungen sammeln. Unser Geheimtipp? Die Boot Düsseldorf ist auch ein Eldorado für Shoppingfans. Vom Angelhaken bis zur Großjacht. Hier finden Sie wirklich alles, was es in der Welt des Wassersports zu kaufen gibt. Dazu gehört natürlich auch der Urlaub am, auf oder unter Wasser. In der Travel World erwarten Sie Reisespezialisten, die Ihren Traumurlaub schon für Sie bereit halten. Love Your Ocean. Eine echte Herzensangelegenheit ist für Wassersportler auch der Schutz der Meere. Der Ocean Tribute Award wurde von der Boot Düsseldorf gemeinsam mit der Fürst-Albert-Stiftung und der Deutschen Meeresstiftung ins Leben gerufen und wird jährlich vergeben. Boot Düsseldorf. Nicht nur die größte, sondern auch die faszinierendste Wassersportmesse der Welt erwartet Sie. Seien Sie dabei, wenn es auch 2020 wieder heißt. Follow the call.